Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Battle of Z. Wir machen bei diesem Mal mit dem Bardock Level weiter. Ich bin gespannt, was daraus werden wird. Jetzt will ich nochmal kurz die Karten angucken. Diese extra Karten, die wir alle gewonnen haben. Oh, das lädt gerade aber echt nah am Arschi, muss ich sagen. Komm, Partnerrang steckt um 1. Toll. Und sonst haben wir nichts Tolles? Ach, ich kriege zu viel. Meine Senzu-Bone ist übrigens weg. Das ist wahrscheinlich gewesen, als ich down gegangen bin. Hä? Achso, das sind immer diese, ja, die Extrasachen, die ich da stehen habe. Ja, da können wir hier sowas benutzen, aber... ÖTP, Minute. Nö, nö, nö. Los geht's! Gegen Bardock! Ich bin gespannt. Bardock, der legendäre Kämpfer. Der legendäre Super Saiyan. Wohlgemerkt. So, das war's mit meinem Kaffee. Jetzt habe ich nur noch deprimierende Tropfen Milch übrig, was ein bisschen schade ist, denn Kaffee ist so lecker. Normalerweise. Okay. Kümmern wir uns erstmal um diese kleinen Arschkrampen, die jetzt schon auf den Sack gehen. Obwohl der Kampf gerade erst angefangen hat. Sehr gut. Bam, bam. Oh, die halten aber einiges aus. Bertz, Bertz, Bertz. Bam. So, der ist erledigt. Nein, den will ich nicht. Ich will den da. Batsch, Batsch. Ich muss ihn nicht bedanken, Vegeta. Ich hab das gern gemacht, natürlich. Fick dich. Oh, oh. Fuck, fuck. Sie haben mich. Leute, wo seid ihr eigentlich? Auf Verteidigung. Ihr kriegt's ja nicht gebacken. Mit denen unterste... Ey, Leute, wisst ihr was? Fickt euch einfach. Ah! Hallo! Hörst du jetzt auf? Oh mein Gott! Was ist das? Ich komm gar nicht dazu, einen Angriff zu machen. Was ist das denn für ein Level, bitte? Scheiße. Ba-ba-ba-ba-ba. So, der ist erledigt. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Die überleben das... So einfach. Scheiße. Keline ist tot. Pflanzen-Cyber-Männer. Bam, bam, bam. So, der ist erledigt. Da haben wir noch einen, der gerade auf Piccolo losgeht. Und ich helfe mir eben schnell. Batz, batz, batz. Habe ich gern gemacht, Piccolo. Kein Ding. Der steht wieder auf. Dein fucking Ernst. Oh, Alter. So, jetzt ist er erledigt. Jetzt haben wir nur noch Bardock als Gegner. Dürfte ja nicht so problematisch sein. Er ist ja nur ein Saiyajin. Oh. Piccolo, ich komme. Los. Schneller, Goku. Der bräumt mich auch nicht beeilen. Oh, du Scheiß. Kame. Hame. Ha. Schön ins Gesicht gebätzt. Term, 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 term. Batz, batz. Batz. Damn. Oh. Warum geht das jetzt nicht? Jetzt, triff doch mal. Was machst du da? Oh, ich bin voll. Kame. Hame. Ha. Erwischt. Er ist genau reingeflogen da, voll Idiot. Und das war's. Kannst du wohl. Siehst du, wo ist er denn? Toll. Ding. Gehen wir direkt auf. Oh nein, du sollst hochfliegen. Hoch. So. Wen greifen wir zuerst an? Den Kopf, würde ich sagen. Ja, ist ja gut. Hochfliegen. Los. Volle Kraft alle. Kame. Hame. Ha. Habe ich irgendwie getroffen? Nein, natürlich nicht. Paddock als Wehraffe. Krasses Bild. Yo, der jagt erstmal alles in die Luft. Ich bin super, Saiyajin. Du hast keine Chance gegen mich. Kame. Hame. Ha. Ja, schöne Nacken. Seht ihr das? Er zittert schon. Blöde Kacklappen. Äh. Äh. Hau drauf. Hallo. Greif doch nicht einfach in die Luft an. Greif seinen Kopf an. Ihr könnt mir ruhig helfen, Leute. Ne? Nur mal so nebenbei. Das ist keine One-Man-Show hier. Autsch. Wir können mich auch gerne heilen, Leute. Habe ich auch nichts gegen. Heilen. Abwehr. Fokus auf Verteidigung. Oh, ich bin tot. Dankeschön. Ich möchte zuerst den Kopf, bitte. Wo ist der Kopf? Da. Wenn der erstmal down ist, können wir gleich schön den Körper mit unserem Spezial-Kami-Hami-H-Attackieren. So. Und jetzt Kami-Hami-H-Attackieren. Hau! Hä? Warum ist die Mission gescheitert? Das verstehe ich jetzt nicht. Sind meine Leute zu oft draufgegangen, oder wie? Das kann natürlich sein, aber... Krass! Krass! Ich hätte nicht gedacht, dass der Kampf so schwierig wird. Wobei schwer ja relativ ist. Eigentlich ist der Kampf überhaupt nicht schwer, muss man sagen. Eigentlich ist das super einfach, was wir da machen müssen. Was Cyber-Männer platt machen, und dann ab auf ihn. Ich muss nur aufpassen, dass mein Team nicht so häufig drauf geht. Das sollte ja eigentlich machbar sein. Ja, genau. Und ich kriege erstmal direkt wieder auf die Fresse von diesen blöden, drecksen Pflanzen-Männern. Na, was hinterher? Ich beide währenddessen auf jeden Fall die Energie meiner Leute im Blick. Oh, fick dich doch, ey. Das bin ich dein Ernst. Hallo! Toll. Volle Kraft, Leute. Komm schon. So. Hörst du jetzt... Gehst du mal sterben? Greif doch mal an! Meine Fresse noch mal! Was soll denn das? Ah, ah, ah! Sauber, genauso wie ich das seh'n. Let's! Sauber, der ist erledigt. Nur noch Bardock und den Pflanzmann da. So, den schnapp ich mir jetzt von hinten. Batz, batz! Gleich hab ich dich, gleich hab ich dich, gleich hab ich dich. Biam, 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 biam. So, das war's mit dem. Jetzt haben wir noch Bardock, ne? Aber Bardock ist ja echt null Problemo hier. Auf die Fresse ein paar Mal draufgehauen und weg ist er. Geht ihr mal alle auf Verteidigung, bitte. Und heilt mich. Überlast den Gegner mir. Das schaff ich auch allein. Wenn ich ihn dann mal erwischen würde. Warum heilt mich eigentlich niemand? Ich versteh das nicht. Ja, ich bin tot. Danke, Leute, dass ihr mich so sehr unterstützt. Ohne Scheiß. Ja, genau. Gib mir deinen scheiß Energiestrahl ins Gesicht, du blöder, behinderter Bastard. Ja, oh, fick dich doch, ey. Oh, der kotzt mich gerade an. Ich will auch. Bäm. Gib mir jemand. Los. Das wäre nur einmal gewesen. Ohne Scheiß. Das hätten sie auch mal machen können. Bam, bam, weg. Fokus auf Verteidigung, Leute. Und jetzt kommt der Riesenaffe. Der Osaru. Der hat sich zu mir teleportiert. Nimm das! Sauber. Schöne Nacken. Solange er so leuchtet, brauche ich ihn gar nicht angreifen. Oh, shit. Ich würde sagen, jetzt macht er mich hier fertig. Jo, er gibt mir eine und ich bin fast erledigt. Nicht den Körper, du sollst den Kopf angreifen, du blöder Bastard. Fokus auf Verteidigung. Scheiße, ich bin tot. Jo, die hängen da hinten alle rum und niemand heilt mich. Sehr schön. Danke. Und natürlich ist jetzt mein Key weg. Das ist so behindert. Das ist echt frustriert, was hier passiert, Leute. Und das. Ich pulverisiere deinen Schädel. Ja, genau. Ich bin in der Luft und Erde. Wozu ist dieses Spiel so behindert? Fokus auf Verteidigung, Leute. Komm, heilt euch. Heilt mich mal ein bisschen. Dankeschön. Zu wenig, Krillin. Krillin gibt mehr. Mehr. Damn, damn, damn. Wir haben Genki voll. Sehr schön. Und gleich ist der Kopf down. Jawohl. Und jetzt. Kame, Hame. Sehr gut. Nichts ist weg. Er hat mich erwischt. Was greifen wir jetzt an? Der Kopf ist sehr besiegt. Dann gehen wir jetzt auf das rechte Bein. Oh, der rechte Arm ist noch ein bisschen mehr verwundet, ne? Wäre auch schön, wenn ich ihn jetzt langsam mal irgendwie... Da war er gerade. So. Schön drauf herkommen. Ja, Explosion. For the win. Mein Team ist down. Ich habe vergessen, meinen Team im Blick zu behalten. So. Ah! So. Nein, ich bin tot. Leute, heilt mich. Bitte. Jo, die anderen Meinen sind down. Nein, geh doch da hin, du blöder Vollidiot. Scheiße. Scheiße. Oh, wir können so behindert sein. Ich verstehe das nicht. Oh, dass mein Team aber auch so blöd ist. Ohne Scheiß. Ich sage, geht auf Verteidigung. Nein, wir wollen nicht verteidigen. Wir heilen auch niemanden. Oh. Zeit haben wir keine mehr. Beim nächsten Mal geht es weiter. Wir versuchen es nochmal gegen Bardock. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt dieser Part gefallen. Und schaltet wieder an. Es heißt, let's play Dragon Ball Z, Battle of Z. Hausseins, Hausseins. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Euer Dengoku Senpai. Bis zum nächsten Mal.